Fett-Blau-Vogel. 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 Pupsi, warte kurz. Wenn wir dann am Kämpfen sind und ich eingeladen habe, dann kann ich gerne mal draufdrücken. Wenn ich den Code vergesse, ist alles vorbei. Danke, Pupsi, dass Michael um mich gekümmert hat. Ich bin der Lebensretter. Aber jetzt, wenn das so durchläuft hier, Shiny, den Ding können wir fangen. Shiny auf dem Spületrend-Account mit Wetterboost. Nein! Zum Glück hat er meine Bäre noch. Nein! Ja, die Bäre immer noch. Moment. So. Shiny auf dem Spületrend-Account. Also ist schon das Zweite. Hier, Joachim, jetzt kannst du den Samuel adden. Und der Samuel kann den Joachim adden. Und wer zuerst annimmt, hat dann gewonnen. Weil ich nur Shinys fange und Hunderter. Oh mein Gott! 1980! Das ist das Hunderter. Warte. Ist es jetzt Shiny? Ist es überhaupt 1980? Spületrend, was ist los mit dir? Pass auf. Oh, nee. Jetzt bin ich raus. Jetzt muss ich den... Oh, äh. Jetzt geht es nicht mehr um die Erfahrungspunkte. Jetzt geht es darum, einen kühnen Kopf zu bewahren. Und im Spületrend. Vielleicht hast du Hunderter zu fangen. So, greif mal an. So, ich weiß gar nicht, wie ich den Kreis eingestellt habe. So, vielleicht passt er so. So, er greift an. Wir werfen, wir kerven. Und wir haben dann... Wo geht denn das hin? Wo geht denn der Ball hin? Bitte! Lavados. Ich habe Angst. Ich kann oben nicht werfen. Ich muss den mal unten werfen. War der jetzt zu hoch oder war der zu niedrig? Ich weiß es nicht. Ah! Der war auf jeden Fall zu niedrig. Der war zu links. Vielleicht sollte man auf großartig gehen. Mann, das Handy ist so heiß. Warte. Kleines Vögelchen. Das war Disco Pogo. Es ist... Ich habe kein Gefühl für den Ball. Ich habe kein Gefühl. Ich weiß nicht, wo der Ball hinfliegt. Ich glaube, das war bei Zapdos besser. Dann machen wir halt mal größer. Machen wir mal größer. Und dann mach halt großartig. Wenn du irgendwann unten bist. Und unten dein Zeug machst. Wir haben noch elf. Wir haben noch elf. Jetzt übertreib es mal nicht. Ich weiß ja, dass du dich drehen kannst. Ali in the house. Ali verfolgt er hier. Mann, komm doch runter. Der ist jetzt aber aggro, oder? Der ist jetzt unten. Okay. Jetzt kann er ruhig hundert... Er geht wieder hoch. Er ist wieder unten. Ich habe die so ewig nicht geworfen. Die waren so ewig nicht da. Jetzt sind sie zurück. Ich bin komplett aus der Übung jetzt. Bei dem Account habe ich... Ich habe sogar die zwei freien Pässe noch. Weil ich heute und gestern noch gar keinen gemacht habe. Ich hätte ein bisschen üben sollen. Der ging komplett drunter. Ich muss... Ich muss... Mehr Kraft. Mehr Kraft. Mehr Kraft. Pass auf. Das Handy ist auch so heiß. Schon wieder. Da bleibt der Ball einfach hängen. Mir ist damals ein Wetterboost in Viridium geflohen. Auf meinem Hauptaccount im Stream. Das war auch nicht drin. Also nicht mal in den Kreis getroffen. Obwohl er schon auf großartig steht. Und er kommt wieder raus. Ich habe keine Ahnung, wie ich den Kreis einstellen soll. Ich glaube, wenn ich hochwerfe, treffe ich gar nicht. Es ist die ganze Zeit zu kurz. Es ist zu kurz und es ist zu lasch. Das war wieder drunter. Wie hoch denn noch? Der Bildschirm ist doch gar nicht größer. Das ist wieder drunter. Das ist doch nicht drüber. Das ist doch drunter. Ich verstehe es nicht. Der macht mich fertig. Ui! Großartig. Ich muss einfach weiter nach oben ziehen. Ja. Ich gehe immer links raus. Ein Stück zu weit links raus. Einfach... Nicht eine 8 machen, nur eine U machen. Wahrscheinlich. 6. 6 Bälle noch. 6. Oh, es ist so heiß. Der Vogel brennt. So. Warum wirfst du denn nicht, Ramses? Weiß ich auch nicht. Spannend machen. Jetzt habe ich wieder zweimal gecurved, ich Idiot. Ich wollte nur einmal. Einmal. Der schmiert sonst am Bildschirm fest, der Ball. Und er ist wieder raus. Er ist wieder raus. Er ist wieder raus. Ein U machen. Keine 8. Mach ein U hier. Ah! Oder nehmen. Mach kein U. Mach eine 8. Mach ein... Mach ein Z. Egal. 4. Last Ball Challenge. Genau. Werf mal alle weg. Beste, was du machen kannst. So, es ist wieder unten. Es ist wieder oben. Es ist wieder oben. Lennart, ich habe noch nie von rechts gecurved. Ich muss es auf den Tisch legen. Ich muss es sonst was. Ich muss meine... Einen Eiswürfel in die Hand nehmen und damit werfen oder curven oder sonst was machen. Keine Ahnung. Ich treffe ihn ja nicht mal. Das ist doch besser, wenn er oben ist. Ach, der steht weiter weg bei mir. Ja. Das baut mich direkt auf. Wann kommt jetzt eigentlich die Yalga? Freitag ab 10 Uhr ist Raid Boss Wechsel. Das heißt, ab 11. Kannst du... fangen. Also, ab 11 gehen die Yalga Raids dann auch. So, wir haben nochmal großartig. Und er kommt wieder raus. Und das ist der letzte Ball. Ich sehe schon, der ist weg. Lass ich mal hier nicht. Aber es sind so viele Bälle einfach komplett daneben gegangen. Also... Nee. Er ist drin. Er ist drin, dem letzten Ball. die Last Ball Challenge bestanden. Guck dir das an. Kannst du gleich bewerten. Zack. 100 Prozent. Kaisheim, Bayern, Deutschland. Das war, glaube ich, Pogo Disco oder wie er heißt. Nee, Disco Pogo. Ich habe keine Ahnung, wie er heißt. Julchen ist die nächste. Julchen kriegt den nächsten Punkt. Wir gehen rein direkt auf Julchen. Julchen? Chicky Cock. Hi. Okay. 50 Münzen. Kann man mitnehmen. Geht das? Alles Supermarkt. Nichts gemacht. Verstoß. Ich muss ja mal nach den Dings gucken. Shiny. Shiny mit 1932. Okay. Nee, mal mit. Nee, mal mit. Denn kann er da... Komm, wir können das werfen. Üben hier oben. Großartig. Yay. Obwohl er oben war. So sieht das aus. Shiny von Julchen. Ohne Wetterboost. motherf über. Okay,